Herzlich Willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, bei dem die Natur und die Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ich bin Sandra Schilling und ich freue mich wiederum auf ein spannendes Interview und Geschichten, die dich ermutigen werden, die Natur und den Wald als deinen Freund kennen und lieben zu lernen. Heute im Gespräch darf ich Katharina Smutny begrüßen. Katharina Smutny ist selbstständige Psychologin und Expertin im Bereich Entspannung und Stressreduktion. Dabei bedient sie sich Methoden wie Achtsamkeit, Meditation und autogenes Training. Der Bezug zur Natur ist in ihrem Leben und Schaffen ein unabdingbarer Bestandteil. Sie begreift ihre Arbeit als ein wertvolles Geschenk. Ihre Intention entspringt der Magie, die die bewusste Begegnung mit der Natur auslösen kann. Es beginnt mit Respekt, den sie allen Lebenwesen entgegenbringt, also Pflanzen, Tieren und Menschen. Sie sagt, wenn man jeden einzelnen Teil der Natur als heiligen Kosmos begreift, dann kann man nicht anders als seine Arbeit als Wertschätzung, sich selbst und dem gegenüber zu verstehen. Dies ermöglicht Menschen, mit denen Katharina Smutny arbeitet, die Natur zu begreifen und Kraft zu tanken und bei sich selbst und ihrer Umwelt anzukommen. Das bedeutet, sie unterstützt Menschen dabei, eigenen Bedürfnissen und Bedürfnissen anderer positiv zu begegnen, ohne Zwang oder Müssen. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo, Sandra. Freut mich, hier zu sein heute. Katharina, auch ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich glaube, das Thema Stress, Achtsamkeit, das Erkennen von eigenen Bedürfnissen, ich glaube, das ist für so viele, viele Menschen immer wieder ein hochaktuelles Thema. Also wenn ich so um mich schaue, denke ich, gibt es ganz viele Menschen, die in diesem Hamsterrad vom Stress drin sind, gerne raus möchten und es irgendwie einfach nicht schaffen, die vielleicht selbst möchten, aber denken, es geht einfach von der Arbeit her nicht, von meinem ganzen Umfeld her nicht. Ja, wo holst du diese Menschen ab? Ich hole die Menschen dort ab, dass sie schon mal die Intention haben, zu merken, da läuft was, was mir nicht gut tut. Und die dann zu mir kommen und sagen, was ist da los? Warum komme ich aus diesem Hamsterrad nicht raus? Was kann ich jetzt wirklich tun? Und es gibt da vielfältige Möglichkeiten. Mir ist wichtig, etwas zu finden, was für den Einzelnen wirklich individuell zugeschnitten ist, was wirklich passt. Weil was für den einen gut ist, muss für den anderen nicht besonders was bedeuten oder gut sein. In meiner Arbeit gibt es viel im Bereich Entspannungstechniken. Da ist auch wieder die Frage, wem liegt was? Einer, der fängt mehr mit Atmung an, der kann sich da fallen lassen. Andere entspannen sich bei besonderen Reisen, wo sie meistens mit der Natur gekoppelt Welten betreten und sich aber auch da mehr spüren. Von anderen ist wieder Achtsamkeit ein wichtiges Thema. Achtsamkeit ist auch eine Sache, die ich den meisten mitgebe. Das kann man im Kleinen machen, aber auch im Großen. Weil Achtsamkeit bedeutet, mal im Hier und Jetzt anzukommen. Einfach einmal wahrzunehmen, wertfrei wahrzunehmen, mit allen Sinnen. Und rauszutreten aus diesem Hamsterrad, aus diesem automatischen Müssen und Tun. Und dadurch entspringen dann viele Sachen wie, wie geht's mir und warum geht's mir so, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich, was brauche ich für mich. Und in diesem Prozess, der auch beratend oft begleitet wird, merken dann die Personen auch, was sie tun können. Ja, also eigentlich weiß jeder Einzelne, was er tun kann, um da rauszukommen. Nur ist es ihm nicht bewusst. Und in diesem Prozess finden wir raus, wo sind die Schritte, um rauszukommen, begleitend mit Entspannungstechniken. Du sagst jetzt, in diesem Prozess finden wir raus, was da passt. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also muss ich da einfach mal verschiedene Sachen austesten, ausprobieren und dann schauen, was mir am besten entspricht? Oder wie finde ich wirklich für mich die ideale Technik, um mir dieses Hamsterrad zumindest bewusst zu werden und da etwas mehr Ruhe reinzubringen? Ja, das ist eine gute Frage. Die meisten, die zu mir kommen, die haben schon irgendwas ausprobiert. Die kommen zum Beispiel und sagen, ich habe mal vor vielen Jahren autokines Training gemacht und das hat so gut gewirkt. Ich möchte das noch einmal reaktivieren. Und die wissen dann auch schon, genau das hat ihnen geholfen, genau das war gut. Nur sie haben es wieder vergessen. Sie wissen nicht mehr, wie das funktioniert. Und da reaktivieren wir das, das üben wir dann noch einmal ein, begleitend noch, was es sonst noch braucht an guten Ressourcen, um die Person zu stärken. Wenn wer ganz neu kommt, dann ist es so, dass wir dann meistens nach dem Erstgespräch in der ersten Stunde eine Meditation machen, wo ich mehrere Elemente einbaue. Also ich vermische auch gewisse Sachen. Ich vermische, also ich bringe die Atmung rein, ich bringe eine Reise rein. Und dann kommt oft, irgendwas löst was aus. Irgendwas löst was sehr Positives aus und das setzen wir dann an. Also das ist dann manchmal schon eine Suche nach dem, was ich brauche, was ist für mich gut und das finden wir eben heraus. Und bei dir spielt ja die Natur eine ganz wichtige Rolle in deinen Beratungsgesprächen. Weshalb ist für dich das ein wichtiger Bestandteil? Ich habe das Glück, in einer Zeit mit Eltern aufzuwachsen. Als ich Kind war, war ich viel in der Natur. Und ich habe da immer sehr viel entdeckt, sehr viel Kraft geschöpft, mich entspannt, sehr viel Spaß gehabt, meine Lebendigkeit ausgelebt. Und deswegen ist das auch ein Teil von mir, der ganz wichtig ist, dass ich das spüre, dass das so ist. Und diesen Teil will ich eben weitergeben, weil ich mittlerweile in meinem ganzen restlichen Leben gemerkt habe, immer wenn ich in die Natur gehe, komme ich irgendwie an. Komme ich aus diesem Ich bin ja selber auch manchmal in diesem Hamsterrad ist nicht so, dass ich keinen Stress hätte. Es ist auch nicht so, dass man Stress vollkommen vermeiden kann. Man muss nur schauen, wie kommt man da wieder raus? Was kann man dann für sich tun? Wie kann man wieder runterkommen? Und Natur ist etwas etwas ganz Besonderes, um wieder zu sich selber zu finden, sich so quasi zu erden. Und das ist das, was ich weitergebe. Entweder wirklich in die Natur gehen mit Gläten oder auch im Bereich Fantasie reisen. Natur zu visualisieren und da einzutauchen, da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann man ja zum Strand reisen oder in einen tropischen Regenwald. Also Sachen, die man vielleicht im wirklichen Leben gar nicht so leicht umsetzen kann. Aber der Effekt ist trotzdem da. Genau. Und da gibt es ja im Bereich dieser Fantasie reisen, gibt es ja von dir ganz schön eingesprochene Meditationen und eben Fantasiereisen. Da geht es dann schon eben einzutauchen in die Welt der Natur. Ja, genau so ist es. Und auch mit den Elementen der Achtungkeit. Also wirklich einmal sich das bildlich vorzustellen. Eine Blumenwiese. Was gibt es da für Farben, für Formen? Wie schaut so eine Blumenwiese aus? Ist das weit? Ist das nah? Wo sind die Grenzen? Dann mit anderen Sinneseindrücken hineinzugehen. Was hört man dort? Was könnte ich dort hören? Fleißige Bienen, die da ihren Honig sammeln oder Vögel, die zwitschern und singen. Wie riecht das Ganze? Wie fühlt sich so ein Gras an oder eine Blüte oder eine Baumrinde? Und was spüre ich auch in mir? Was löst das aus? Man kommt in diesem Moment an und was oft passiert, ist so ein kleiner Zauber. Also neben der Entspannung, neben der Ruhe, die man hat, ist es auch so ein kleiner Zauber, wo man einfach sich selber plötzlich anders begegnet. Sich selber eingebettet in diesem Naturerlebnis mal anders wahrnimmt und auch die Umgebung. Und mit dem geht man auch raus. Also nicht nur mit einer Ruhe, mit einer Kraft, die man aufgedankt hat, sondern auch mit einer Gelassenheit sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und das ist dieser Zauber, von dem ich spreche. Und das wirkt sehr nachhaltig, wie ich das sehen kann, bei meinen Klienten. Ja, und das ist schön. Ja, und ich meine, jeder Mann hat ja schon Erinnerungen an Naturerlebnisse. Und die meisten von uns sicherlich positive, eben so eine wunderschöne Blumenwiese im Frühjahr, die duftet und überall die Sommervögel und Bienen und so und dann wird das auch wieder wachgerufen. Diese Erinnerungen werden da wieder geweckt. Und das finde ich auch ganz eine schöne Art, dass man sich so die Natur auch wieder ins Wohnzimmer holen kann. Gerade jetzt in der Winterzeit, wo man vielleicht etwas weniger oft ja durch die Wälder streift, dass man doch so wieder auftanken kann an Erinnerungen. Genau, es ist sehr an Erinnerungen geknüpft. Es gibt auch die Umweltpsychologien, fällt mir ein, Nicole Bauer, die sagt auch, dass Natur, je mehr man Erfahrungen hat als Kind in der Natur und wirklich positive Kindheitserfahrungen, desto größer spielt die Wirkung der Natur eine Rolle im Erwachsenenalter. Also je wichtiger einem als Kind der Wald war, desto besser wird man sich als Erwachsener auch darin erholen. Man spricht auch in diesem Zusammenhang im NLP zum Beispiel gibt es eben den Begriff Ankern. Das wäre so ein Anker, also wirklich auf Sinneseindrücke geankert. Wenn man eine Baumrinde riecht, dass man dann gleich an einen Wald mit Bäumen denkt oder ich kann auch erzählen, ich war als Kind oft in Kroatien am Meer und da hat es einen Pinienwald gegeben und immer wenn ich diesen Geruch in der Nase habe, irgendwo, dann bin ich sofort wieder drüben als Kind in Kroatien an diesem Strand und die Gefühle kommen mit. Und das ist auch was ganz Starkes und was ganz Besonderes und das ist genau das, was du sagst. Man fällt wieder zurück in diese Welt, die gut war oder dieser Moment, diese Situation, die gut war und das holt man sich zurück mit den Eindrücken, mit den Gefühlen und das tankt auf in dem Moment. Genau. Aber jetzt stellt sich mir dann noch die Frage, wie ist es jetzt für einen Großstädter, der vielleicht kaum mehr als Betonblöcke gesehen hat, kann der denn noch was anfangen mit so einer Naturmeditation oder muss der erstmal raus, um die Natur wirklich so hautnah zu erleben, um diese Erinnerungen verknüpfen zu können oder was empfiehlst du so einer Person ganz konkret? Das kommt wieder natürlich auf die jeweilige Person an. Manche kann man dieses Erlebnis wieder triggern, indem man einfach eine Kontasierreise macht und das wieder zurückholt, wie wir vorhin gesagt haben, mit der Kindheitserinnerung, wow, ich war jetzt wirklich dort, ich kann es kaum glauben. Bei Fällen, wo das schwerer geht, empfehle ich auch Hausübungen rausgehen. in die nähere Umgebung gehen. Es gibt ja oft Parks, das reicht oft schon. Einen kleinen Park, den man aufsucht, da gibt es Bäume, in den Himmel schauen, die Farbe blau genießen, die Vögel zwitschern hören. Das ist oft auch schon ein guter Input und es gibt auch Studien, die belegen, dass dieser Natureffekt, also dass man sich entspannt, wenn man in der Natur ist, dass den auch gibt, wenn man gar nicht wirklich in der Natur ist, sondern wenn man Naturszenen zum Beispiel vom Bildschirm oder als Bild beobachtet, gibt es eine interessante Studie von der Eides Genössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landwirtschaft, die das untersucht hat, die Menschen aufs Laufband gestellt hat, zwei Gruppen gebildet hat und die eine Gruppe hat am Laufband einen Bildschirm gehabt mit Naturszenen und wenn sie gelaufen sind, haben sie der Natur zugesehen und die anderen nichts. Und da ist wirklich ein positiver Effekt rausgekommen, dass die, die Natur zugesehen haben, die fühlten sich danach subjektiv ruhiger, haben das Gefühl gehabt, weniger deprimiert zu sein und auch Ärger, Regbarkeit und Energielosigkeit haben abgenommen im Gegensatz zu der anderen Gruppe. Also könnte ja jetzt zum Beispiel jemand, der so mitten im stressigen Büroalltag steckt, ein schönes Naturbild in seinem Arbeitsplatz aufhängen und einfach zwischendurch dieses Naturbild anschauen oder seinen Bildschirn schon zum Beispiel wirklich ja dann schönes Naturbild drauf machen und das nützt schon, sagst du. Laut dieser Studie genau nützt das, wobei es natürlich besser ist, wenn man das dann intensiviert sozusagen. Also wenn wenn du jetzt sagst, diese Person die im Büro sitzt und die möchte mal kurz abschalten, den Bildschirmschoner einschalten, mit einem Bild, das einem zusagt. Manche mögen vielleicht das Meer lieber, ein kleiner Strand am Meer, eine kleine Strandbucht, andere lieber richtigen Wald, der dritte vielleicht ein Bild von Bergen, also wirklich mal was finden, was mir zusagt. und während man dieses Bild betrachtet, auch überlegen, was sehe ich da jetzt, wie könnte sich dieses Bild anhören, wenn ich jetzt da stehen würde, was könnte ich da zum Beispiel hören, wie könnte es dort riechen, wie wäre die Temperatur, was würde ich auf der Haut fühlen, vielleicht einen kleinen Windstoß, ja, und vielleicht ist der Wind ganz, die Luft ganz klar und ich atme diese klare Luft dort ein oder am näher schmecke ich Salz auf meinen Lippen und auch was sind das für Gefühle, die da hochkommen, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre genau an diesem Ort, genau jetzt. Also noch mal intensiver eintauchen hat dann noch mehr positiven Effekt, als rein mal drei Sekunden auf dieses Bild zu schauen. Aber je öfter man das übt, intensiv einzutauchen, reicht es dann oft schon, nur kurz hinzuschauen, mit Übung, dass dieser positive Erholungseffekt wirklich da ist. Also eigentlich dieses Bild versuchen lebendig werden zu lassen, das intensiviert die Wirkung. Jetzt noch mal zum Thema Stress. Also ich kenne viele Menschen, die sind so mitten im Stress, erkennen das für sich, aber sehen dann immer, dass es gar nicht möglich ist, in diesem Umfeld raus aus dem Stress zu kommen. Also ich sage jetzt mal, jemand, der vielleicht eben am Arbeitsplatz voller Druck immer arbeiten muss oder so, wie kann so eine Person sich auch vor Stress schützen? Wie kann er sich da trotzdem gut schauen? Eine Person, die so eingebettet ist in diese Arbeit und diese Arbeit auch gern macht, obwohl es viel Druck bedeutet und auch sagt, gut, das ist meine Welt, da möchte ich drinnen bleiben. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den man sich anschauen könnte. Ist er überhaupt glücklich in der Arbeit? Wäre das nicht auch eine Veränderung wert? Will der sich vielleicht nicht da auch verändern? Aber jetzt zu sagen, die sind jetzt da drinnen, die sind eigentlich glücklich, aber sie haben halt trotzdem viel Druck und viel Arbeit. Dann einfach herauszufinden, was tut mir sonst gut? Wo kann ich meine kleinen Wellnes-Oasen für mich finden? Was sind Sachen, die wirklich mir persönlich gut tun und die auch ganz bewusst im Alltag einbauen? Prioritäten setzen und diese Zeit zu finden, eventuell mit zusätzlichem Zeitmanagement, dass man die im Alltag einbaut. Stress ist ja die eine Sache, Anspannung ist ja die eine Sache. Gut ist, wenn sich das die Waage hält, wenn man dann auch Entspannungsmomente hat, wo man dann auch wieder zur Ruhe kommt und das Ganze wieder ausgleichen kann. Und solche Oasen können sein, je nach Vorlieben zum Beispiel, dann zu sagen, ich nehme jetzt im Winter zweimal die Woche ein erholendes Bad, vielleicht noch Musik auf und mache machen wir das richtig schön mit Kerzen und tollen Düften, alles was ich brauche. Oder ich gehe einmal in der Woche mit Freunden ins Theater, weil das ist etwas, was mich sehr runterbringt. Oder ich mache Sport und das dann wirklich einzubauen in der Woche. Das sind solche Möglichkeiten. Ist es nicht gefährlich, jemand, der eh schon so eben im Dauerstress ist, dass er dann als erstes Mal diese Zeiten der Oasen wieder einfach streicht und sagt, ach, ich habe ja gar keine Zeit, ich bin so im Stress, ich lasse das mal bleiben. Also sollte man sich diese Termine auch richtig eintragen, reservieren für sich? Oder wie macht man das am besten, dass das dann doch Prioritäten hat? Da ist mir dann eine Möglichkeit zu schauen, wie ist das Zeitmanagement? Und da einfach anzusetzen. Wo kann ich das wo einbauen? Wo kann ich einbauen? Was sind Sachen, die mehr an mir liegen, dass ich das oder an meiner Vergangenheit liegen, an meinen Glaubenssätzen, dass ich das machen muss? Manchmal, natürlich gibt es eben Personen, die dafür kaum Zeit finden, weil sie eben zum Beispiel, wie ich gesagt habe, diese Glaubenssätze haben, aber ich muss ja das und das und ich muss ja in der Partnerschaft das und das. Man muss sich das immer sehr speziell, sehr individuell anschauen. Kann der Partner einem unterstützen? Kann man sagen, übernimm mal du die Kinder für eine Zeit, ich brauche meine Oase. Also es geht dann manchmal wirklich auch mit dem Umweg der Unterstützung. Das ist in jedem Fall sehr individuell auszumachen oder manche Personen sehen sich selbst gar nicht so viel wert, dass sie sagen, ich möchte was, ich bin so viel wert, dass ich was für mich mache und das ist wieder dann ein spezieller Punkt, den man sich anschauen sollte. Wenn Personen angekommen sind und zu sagen, ich will, aber ich weiß nicht wie, dann findet man einen Weg eben zu sagen, was tut dir gut, wie kannst du das einbauen? Und das ist dann in der Praxis oft gut möglich. Genau, und ich kann mir ja vorstellen, dass solche Entspannungsoasen für sich eben auch mehr Klarheit bringen. Du hast vorhin angesprochen, man kann sich ja vielleicht auch mal Gedanken machen, passt dieser stressige Berufsalltag eigentlich einfach noch für mich oder nicht? und da denke ich, ja, es ist halt auch viel mit Angst verbunden, also so empfinde ich es auf jeden Fall oft, also Angst und ja, finde ich wieder eine passende Stelle oder das Thema Ablehnung und so weiter, aber da findet man dann ja vielleicht auch wieder mehr Klarheit, ob das eben noch passt oder sieht dann auch besser neue Wege entstehen. Ist das so oder fantasiere ich jetzt da was zusammen? Nein, nein, das ist so, weil genau bei diesen Entspannungsmomenten oder diesem Reisen oder der bewussten Atmung eigentlich bei sich selbst anzukommen und das ist ja was, das tut man für sich und man kommt bei sich selber an und man spürt sich einfach dann ganz anders. Viele, die in dem Hamsterrad gefangen sind, laufen halt mit, die funktionieren ja und und da sind halt Möglichkeiten mit Entspannungstechniken und auch mit einer Beratung zu schauen, jetzt komme ich mal bei mir an, was will ich eigentlich? Warum mache ich nur das, was andere wollen? Ich möchte ja auch leben und ich möchte ja nicht nur funktionieren und was tut mir gut, das auch einmal herauszufinden, was tut mir gut, ohne andere vom Kopf zu stoßen, zu sagen, jetzt bin ich nur noch ich und jetzt zählt nur noch ich, sondern wirklich zu sagen, was tut mir gut und die Interaktion, eine gute Interaktion mit der Umwelt tut mir ja auch gut. Es geht auch oft um eine sanfte Selbstbehauptung, da betone ich auch das Wort sanft, weil dann zu sagen, ich setze mich durch um jeden Preis und es geht wie gesagt dann nur um mich, macht dann auf Dauer auch nicht glücklich, weil man dann andere auch ausschließt. Es geht dann auch darum, anderen anders zu begegnen, auch gelassener, weil man sich selber gelassener, entspannter wiederfindet und auch sieht, wo man seine Bedürfnisse erfüllt werden kann. Ja, das denke ich auch, also wenn jetzt auch mal die Familie, die Partnerin oder wer auch immer Abstriche machen muss von der gemeinsamen Zeit, aber wenn man nachher wieder so richtig einfach genähert zurückkommt, dann ja, dann bringt das ja noch viel mehr und ich denke, das, was du vorhin auch erwähnt hast mit diesen Naturzeiten, kam mir einfach auch so in den Sinn, ich meine, das muss man ja nicht zwingend immer alleine tun, da kann man mal wirklich die ganze Familie mitnehmen und wenn ich mich so zurückerinnere an meine Kinder in die Jugendzeit, ich glaube, das waren für meine Eltern oft die entspanntesten Momente, wenn wir irgendwo ein Pikminik gemacht haben an einem kleinen Bach, die hatten nichts mehr zu tun mit uns, wir waren happy, die Eltern waren ruhig, zufrieden, konnten dann runterfahren, also auch sowas passt dann einfach. Ja, genau, was du auch sagst, wenn in einem die Entspannung ankommt, dann wirkt das ja oft sehr ansteckend und beruhigend auf andere Personen auch in dem und Natur trägt sehr viel Kraft in sich und das ist ja auch, was heutzutage beobachte ich oft, wir müssen jetzt die Kinder beschäftigen, was kann ich da und das Spiel und dort und das ist dann vielleicht langweilig und wenn ich mich zurückerinnere und auch die Erzählungen von vielen in Erinnerung habe, es ist so, als Kind geht man in die Natur und es gibt, es gibt, es gibt uns unzählbare Möglichkeiten, gibt es dort, was man tun kann und man erfindet irrsinnig viel und wenn man nur ein paar Steine sammelt und die ins Wasser schmeißt und das ist schon großartig, also in diesem Runterbrechen wieder in diese, in diesen Kleinigkeiten was zu finden und auch die Kreativität, die eigene zu entwickeln und Kinder haben ja viel Kreativität und da ist der Input eines Waldes oder eines Ortes am See einfach grenzenlos, wenn man das nutzt, Ja, jetzt stecken wir einfach mitten in den Wintermonaten, da gehen viele Menschen viel weniger raus, hast du noch so einen Tipp für jemanden, der jetzt echt Stress geplagt ist und sich schwer tut damit, jetzt im Winter rauszugehen, hast du dem einen Tipp, wie er sich da motivieren könnte oder wie er das auf eine andere Art und Weise sich diese Entspannung holen könnte? Also die eine Möglichkeit wäre wirklich zu sagen, so jetzt zwinge ich mich wirklich mal rauszugehen und dann zu sehen, was da eigentlich passiert und dann vielleicht zu entdecken, das ist ja gar nicht so schlimm und ich kann ja doch Sachen entdecken. Die Sonne zum Beispiel, wenn die untergeht und es ist ein bisschen Licht und man sieht die Sonne und die Leuchte zwischen den nackten Bäumen, das ist ein ganz anderes Licht, das man hat, wenn Sommer ist oder Frühling. Also wirklich vielleicht einmal rauszugehen und zu schauen, was ist da? Gefällt mir das auch? Kann ich da auch Kraft tanken? Für jemanden, der sagt, na, mich traust es total und mich stresst, das noch mehr, jetzt rauszugehen bei der Jahreszeit, wäre ein Tipp, es gibt ja auch, also ich habe ja einige Fantasiereisen und Reisen auf meiner Website, aber es gibt auch im Internet unzählige Fantasiereisen, die an die Natur angeknüpft sind, wie dann eben zum Beispiel ein Spaziergang im Wald oder eine Reise ans Meer, was man eben gerade möchte und braucht und da wird man dann merken, dass man dann wirklich auch entspannter ist und ruhiger und dass die Reise wahnsinnig lebendig und real sein kann. Also sich vielleicht so die Natur mal zu holen, weil man gar kein rausgehe-Wintertyp ist. Ja, also es gibt genügend Möglichkeiten. Für die, die sich jetzt echt etwas schwer tun, um im Winter rauszugehen, zu sehen. Ich möchte euch auch nur ermutigen, also es gibt so viele Sachen zu entdecken im Winter. Also heute morgen war bei mir zum Beispiel am Bahnhof, da waren ganz viele Eiskristalle an der Scheibe, also an der Fensterscheibe. Alleine schon die, also das war ein Kunstbild, das ich noch nie sonst gesehen habe. Es war heute so schweinekalt. Ja, das gibt es im Sommer einfach nicht. Und ich finde auch diese Ruhe, die man dann findet in der Natur, die ist ja so anders als im Frühjahr. Also traut euch doch mal einfach rauszugehen und mal einfach auszutesten, was ist der Unterschied zum Frühjahr. Vielleicht könnt ihr da doch irgendwas Positives im Winter abgewinnen, wenn ihr ganz offen seid. also ja, geht mal raus. Ja, du hast absolut recht und es gibt immer so viel zu entdecken. Ich denke, das ist auch, dass Leute versucht, eure kindliche Neugier wieder zu reaktivieren, nicht zu sagen, ich gehe raus und habe irgendein Ziel, sondern einfach mal zu gehen und schauen, was gibt es da zu entdecken. Es gibt einfach unzählige Sachen zu entdecken, wenn man die Sinne eröffnet und neugierig bleibt. Oder einfach mal so nach Feierabend zum Beispiel mit den Kindern sagen, komm, wir gehen einmal kurz barfuß in den Schnee, eine kurze Runde ums Haus. Das kann so lustig sein, so auflockernd, kann einem einfach irgendwie wieder aus dem Alltag rausholen. Also ich glaube, eben Möglichkeiten gibt es zu tausenden. da darf jeder kreativ sein auf seine Art und für wen es halt wirklich einfach nicht passt, wie du vorhin schon gesagt hast, Fantasiereisen gibt es in allen Variationen. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, sich zu überlegen, wenn man die finanziellen Mitteln hat und es von der Arbeit her passt, dann wirklich zu sagen, der Winter ist mal so ein Graus. ich fahre im Winter weg, ich fahre im Winter auf Urlaub statt im Sommer, wenn die Möglichkeiten da sind. Genau, die Natur dort zu genießen. Ja, Katharina, wunderbar. Ich glaube, wir haben ganz viele Ideen kreiert und da könnten wir noch weitere Ideen kreieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jeder das für sich findet, was für ihn passt. Da muss man sich gar nicht einschränken lassen. Genau. Und ich werde auf jeden Fall deine Webseite unten in den Shownotes noch verlinken. Da findet man dann auch zu diesen Fantasie Naturreisen, was ich jedem nur empfehlen kann. In diesem Sinne ein riesiges Dankeschön für das wunderbare Gespräch und dir einfach von Herzen alles, alles Liebe. Vielen Dank, Sandra. Es hat mich auch sehr gefreut. Es war ein wirklich nettes Gespräch mit dir. Ich wünsche dir auch alles Liebe. Vielleicht gehen wir beide jetzt noch raus. Genießen noch ein bisschen Zeit draußen. Und ja, alles Liebe auch an die Zuhörer und schafft euch Oasen. Herzlichen Dank für dein Zuhören. Schön, dass du bei Kraftbaum mit Sandra Schilling dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, so freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes oder wenn es deine Zeit zulässt, über eine Rezension bei iTunes. Denn so können möglichst viele Menschen auf die positive Kraft der Natur aufmerksam gemacht werden. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Sandra Bis zum nächsten Mal.